Wir sind hier in Neuhausen in der Lindenstraße. Heute Morgen gegen 8.30 Uhr hat ein Pflegedienst in einem Mehrfamilienhaus eine 84 Jahre alte Frau tot aufgefunden. Nach einem derzeitigen Kindesstand gehen wir von einem Tötungsdelikt aus. Die Polizei ist sofort mit einem großen Aufgebot hier vor Ort gekommen. Momentan ist die Spurensicherung, die Kriminaltechniker dabei, hier akribisch sämtliche Spuren zu sichern. Und wir haben eine Sonderkommission gebildet. Nein, zum jetzigen Zeitpunkt kann man zum Motiv oder zu den Hintergründen der Tat keine Angaben machen. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0711 70913 mögliche Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gestern Abend oder im Laufe der Nacht hier in der Lindenstraße bei dem Mehrfamilienhaus gemacht haben, sich bei uns zu melden.